Käsegrillen hat in Griechenland eine lange Tradition. Und Restaurantbetreiber Markus Svetkos kennt sich damit besonders gut aus. Ich esse mein Leben gern Halloumi, aber ich esse auch für mein Leben gern Käse. Alles, was riecht und stinkt und in diese Richtung geht, mag ich einfach. Wir checken Grillkäse aus Kuhmilch mit Kräutern. Mit dabei ein Markenprodukt von Gazi für 1,65 Euro pro 100 Gramm und eines von Rougette für 1,94 Euro. Daneben der preiswerte Käse der Rewe-Eigenmarke Ja für einen Euro, sowie der Barbecue-Grillkäse von Aldi für 1,25 Euro. Dazu kommen noch zwei Halloumi-Käse. Einmal von der Kaufland-Eigenmarke K-Favorites für 1,20 Euro und einmal von Gazi für 1,80 Euro. Beide traditionell nur mit Salz und Minze gewürzt. Wir wollen wissen, wie einfach lassen sich unsere Grillkäse zubereiten und gibt es Unterschiede beim Geschmack. Außerdem lassen wir unsere Grillkäse in einem Lebensmittellabor auf Mineralölbestandteile und den Salzgehalt überprüfen. Bei unserer Blindverkostung mit dabei, Maike Jaschok, Milchhandwerkerin und Molkereimeisterin. Ich bin total gespannt, viele verschiedene Grillkäse mal zu probieren. Und Salvatore Marazzo, Koch und Gastronom. Er hofft auf... Ha, schöne kulinarische Momente und tolle Geschmackserlebnisse. Los geht's mit dem Kräutergrillkäse von Aldi. Er soll in seiner Aluschale zubereitet werden. Und der Käse ist fertig. Hier richtig cremig, ne? Und da knusprig. Er ist fast wie ein Frischkäse, finde ich. Das kann ein Backofenkäse sein, aber Grillkäse, ich denke, da sind wir am Thema vorbei. Kann der Käse von Gasi mehr überzeugen? Er soll drei bis vier Minuten von jeder Seite angebraten werden. Und mit dem Finger überprüft Markus Svetkos, ob der Käse schon weich genug ist. Dann hat ein Grillkäse alles richtig gemacht, was er machen soll. Er soll nichts erlaufen. Wenn er nachher noch schmeckt, dann ist alles perfekt. So. Signora, Signore, guirius, guirius, guirius. Also außen knusprig und innen einfach weich und quietscht sehr stark beim Kauen. Für mein Verständnis, der Käse ist ja schon sehr salzig. Also der ist schon salziger wie ein Feta. Er ist sehr salzig. Und dann habe ich mir was anderes vorgestellt. Komisch. Auf der Verpackung ist ein Salzgehalt von nur 2,4 Gramm pro 100 Gramm angegeben. Im Labor werden jedoch 3,2 Gramm gemessen. Und auch bei Aldi liegt ein höherer Wert vor. Wie bewertet Verbraucherschutzexperte Jürgen Stellpflug diese Abweichung? Wenn Verbraucher auf die Deklaration achten, dann achten die darauf, dass sie möglichst wenig Salz zu sich nehmen. Und dann ist es natürlich vollkommen inakzeptabel, dass sie dann viel, viel mehr Salz, als sie eigentlich haben wollen, über so einen Grillkäse aufnehmen. Wir fragen die Hersteller dazu an. Aldi erwidert. Käse ist ein Naturprodukt und es gilt, dass der angegebene Salzwert ein Richtwert ist. Der Gazi-Hersteller lässt uns wissen. Wir können uns diesen Vorfall nur so erklären, dass es sich bei dem extern geprüften Käse um ein Randstück gehandelt hat. Zurück zur Verkostung. Jetzt ist der Rougette-Grillkäse dran. Er soll auch in der Aluschale zubereitet werden. Ich hätte diesen Käse nicht auf dem Grill gemacht, sondern im Backofen. Ich denke mal, dass der im Backofen besser gelingt. Ich auch. Sieht völlig anders aus. Komplett, komplett anders aus. Danke. Es hat ein bisschen Aroma, also es ist nicht typisch für einen Grillkäse. Die Säure gefällt mir. Das Salz ist nicht dominant. Ja. Und von dem Geschmack her, bei einem Grillabend würde mir das sehr zusagen, auch so. Jetzt zum Käseprodukt der Rewe-Eigenmarke Ja. Der hat hier auch mehr Poren wie der andere. Den ersten, den wir probiert haben, der war feiner. Von der Struktur her. Ich finde es gar nicht schlimm. Es ist eigentlich ein bisschen eine größere Oberfläche sogar, durch die Poren, wo mehr Knusprigkeit entstehen kann. Vielleicht ist der auch einfach länger eingelegt gewesen. Das könnte auch sein. Im Labor liegen inzwischen die Ergebnisse vor, was mögliche Mineralöl-Rückstände betrifft. Alle Käse liegen zwar unterhalb des Orientierungswertes für Mosch und Moa, aber zwei Produkte waren auffällig. Die beiden am höchsten belasteten Produkte stammen aus der gleichen Käserei. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie im Produktionsprozess verunreinigt wurden. Dass also Schmieröle beispielsweise von Förderbändern da drauf sind. Wir konfrontieren die Unternehmen mit dieser Aussage. Rougette antwortet. Moschgehalte in Käse stammen aus dem Einsatz von Milch als Ausgangsprodukt. Im Verarbeitungsprozess werden diese Substanzen in der Fettphase angereichert. Aldi argumentiert in die gleiche Richtung. Bei der Verkostung sind nun die Halloumi-Käse an der Reihe. Seit 2021 darf echter Halloumi-Käse nur noch in Zypern hergestellt werden. Er ist ein halbfester Käse, der meist aus Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch hergestellt wird. Und trägt das EU-Siegel geschützte Ursprungsbezeichnung. Zuerst das Gazi-Produkt. Ein Halloumi wird zusammengefalten. Zuerst ausgebreitet und dann zusammengelegt. Und das sieht man hier. Und der ist sehr schön knusprig. Und er riecht auch, also wenn man riecht, er riecht schon aromatischer als vorher. Schöner Geschmack, Aroma. Salz ist sehr angenehm. Die Röstaromen schmeckt man. Mir fehlt nur ein bisschen wirklich die Kräuter, das Minzige fehlt mir. Kann man aber, ist halb so wild, ein bisschen frische Minze, ein bisschen Olivenöl drüber. Und alles ist gut. Schmeckt der Kaufland-Halloumi genauso gut? Er soll vorher mit Öl bestrichen werden. Grillen tut er sich genauso wie der andere. Von der Optik her, weil hier Minze drauf ist, kommt er mir am originalsten vor von den beiden. Schöner Geschmack. Generell gilt bei jedem Grillgut, auch beim Käse, dass die zweite Seite immer kürzer gegrillt wird, wie die erste Seite. Schöne Grillspuren. Schöne Grillspuren. Lücht auch ein bisschen. Bröstaromen kommen super rüber. Ansonsten hat er ein schönes Aroma. Haben mir beide geschmeckt. Der zweite war sogar ein bisschen angenehmer im Kaufverhalten, also im Mundgefühl. Das war meine Richtung und Nummer zwei besser. Unser Fazit? Bei den Kräutergrillkäsen aus Kuhmilch liegt Aldi ganz hinten. Punktabzug im Labor und geschmacklich nicht überzeugend. Knapp davor der Käse von Gazi und der von Rougette. Noch am besten im Labor der Grillkäse, ja, von Rewe. Deutlich besser das Ergebnis beim Halloumi-Grillkäse. Der von Gazi, zwar mit kleinen Auffälligkeiten im Labor, aber geschmacklich gut. Der Halloumi von Kaufland kann sowohl im Labor als auch im Geschmackscheck überzeugen. Markus Svetkos mag seinen Grillkäse am liebsten am Spieß und mit frischer Pita dazu. Und schon fertig ist mein Lieblingsgrillspieß. Den nehmen wir jetzt hier runter. Jetzt kommt ein bisschen Olivenöl drüber. Und streuen die frisch gehackte Minze darüber. Na dann, guten Appetit! Noch mehr Verbraucherthemen gibt es hier. Und zur ganzen Sendung geht's hier. Und zur ganzen Sendung geht's. Und zur ganzen Sendung geht's.